MIREN Hallo zusammen! Ich bin Miri. Neben mir ist Fidel. Wir sind beide Elektroinstallateure bei EWZ und möchten euch heute den Beruf näher bringen. Wir machen in Mufferstadt die ganze Lichtinstallationen, tun alles messen und prüfen und dann das protokollieren. Das Besondere an diesem Beruf ist, du hast einen sehr abwechslungsreichen Arbeitstag und bist nie an einem Ort tätig. Und das Besondere bei der EWZ ist, wir sind mehr mit Hausinstallationen beschäftigt, wie Gebäuden oder fester und weniger auf dem Bau tätig. An den Ladestationen für die Elektrofahrzeuge machen wir die Hauptanschlüsse und verdrahten einen Teil der Steuerung. Vor der Inbetriebnahme muss alles noch gemessen und überprüft werden und zum Schluss werden die Mess- und Prüfdaten protokolliert. Zu den Grundvoraussetzungen des Elektroinstallateurs gehört handwerkliches Geschick, grosses Interesse an Naturwissenschaften, verantwortungsbewusst sein und keine Farbenblindheit. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in euren Alltag als Elektroinstallateur bei EWZ. Falls euch das Interesse an ihr wecken könnt, meldet euch heute noch für eine Liegestellung. Ciao zusammen!